Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Zitate und Sprüche. Und heute geht es um einen Klassiker. Faust 1 oder Faust oder Faust der Tragödie erster Teil ist eines der bekanntesten Stücke der deutschen Literatur und entstand 1808 von Johann Wolfgang von Goethe. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil viele haben mit dem Theater gar nicht so viel am Hut und trotzdem gibt es Zitate, die sie sehr gut kennen, aber keine Idee haben, dass das eigentlich aus diesem Stück stammt. Und die schauen wir uns jetzt an. Es soll in diesem Video um vor allem die Zitate gehen, die sehr bekannt geworden sind. Und das erste lautet gleich, alt wird man wohl, wer aber klug. Das kennt man vielleicht in dieser Form nicht ganz so gut, aber in Abwandlungen ist das fast zu einer Redewendung geworden. Und viele sprechen diese Form oder eine der Abwandlungen und hat keine Idee, dass das eigentlich aus diesem Stück stammt. Noch deutlicher ist es bei diesem Zitat, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das haben schon viele gesprochen, die drei Tage bei den Verwandten waren und dann nach Hause gekommen sind, die Tür zugemacht haben und statt zu sagen, ich bin zu Hause und ich fühle mich hier wohl, ist auch dieser Ausspruch schon getätigt worden. Und das gilt für viele Situationen, wo man wieder nach Hause kommt oder wo man wieder im Büro ist oder bei Freunden. Und viele haben von Faust noch nie gehört, aber diesen Spruch kennen sie sehr wohl. Die Erde hat mich wieder, das ist ebenfalls ein sehr berühmtes Zitat aus Faust 1, das in vielen Situationen passt und das eigentlich ausdrückt, dass man sich wohlfühlt, man ist wieder zu Hause oder man ist an einem Ort, an dem man sich besonders wohlfühlt. Das kann auch ein Urlaubsort sein, den man jedes Jahr aufsucht. Verfluchte Dilettanten Viele wissen gar nicht, was man mit den Dilettanten auf sich hat, spielt aber keine Rolle, wenn man sich ärgert, dass Leute nicht die Leistung gebracht haben, die man sich erwartet hat oder wenn man erkennt, dass da so viele Fehler passiert sind, dann hört man diesen Ausspruch immer wieder. Die Quelle ist Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube Das haben schon viele Menschen gesprochen, das hat man oft gehört. Das hört man von Eltern, die von ihren Kindern aus der Schule etwas berichtet bekommen und irgendwie denken, nein, das kann so nicht stimmen. Das kann auch sein, dass jemand eine Erfolgsaussicht erzählt und statt dass man sagt, das glaube ich nicht, ist die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube einfach viel edler. Und wenn dann jemand sagt, so jetzt reden alle über Faust, jetzt lese ich mir das einmal durch und man schlägt das Reklam-Taschenbuch auf, denkt sich in ein kleines Heft, was haben die Leute und dann findet man den Spruch, dann hat man auf einmal große Augen, weil man erkennt, wo das eigentlich herkommt. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Wer hat nicht schon bei Kopfschmerzen gesagt, dass die Mühlsteine herumfliegen? Es ist zwar dann nicht das Mühlrad, das ist dann wieder eine Abwandlung, aber auch das ist aus Faust 1 entnommen und hat dann eine Eigendynamik erfahren. Das heißt, wir kennen da verschiedene Varianten, wie man dieses Zitat noch verändert hat. Kennen werden das wohl sehr viele Menschen. Vermalteiter Rattenfänger ist eine nicht ganz so bekannte Zitatvariante, aber man hat das auch schon öfter gehört, man hat das auch beispielsweise in der Politik vernommen, wenn Populisten das Blaue vom Himmel lügen, um irgendwelche Versprechen zu machen und man weiß ganz genau, dass das nie und nimmer einzuhalten ist, aber die Leute glauben es und deshalb wählen sie eine Partei, die eigentlich nur lügt und dann hat man das auch schon gehört. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das kennt man schon viel besser und ist auch eines der berühmten Zitate, die man auch oft in den Zitatsammlungen finden kann. Schauen wir uns das nächste an. Das sieht schon besser aus. Man sieht doch wo und wie. Das ist ein Zitat, das in der Form vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber der Ausspruch, das sieht schon besser aus, das hat Hand und Fuß, ist zum Beispiel eine sehr geläufige Redewendung im deutschsprachigen Raum, die von diesem Zitat abgeleitet ist. Das zeigt, dass einerseits sehr viele Auszüge aus dem Stück entnommen wurden, dann aber ein Eigenleben haben. Das haben wir aber auch schon in den Videos der Redewendungen gehabt, dass der Ursprung verändert wurde, wobei die Bedeutung eigentlich hier gleich geblieben ist. Es hat sich nur die Form ein klein wenig verändert. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Den ersten Teil kennen vielleicht nicht so viele oder die Zusammenhänge dieser beiden Aussagen, aber Schall und Rauch ist auch etwas, das man sehr gut kennt und viele wissen nicht, das stammt aus Faust. Das ist oft gesprochen worden und wird auch weiterhin in der Gegenwart gesprochen, wenn sich etwas in Luft auflöst, wenn Versprechen gemacht werden, die überhaupt nicht zu halten sind, wenn Gewinnaussichten in Aussicht gestellt worden sind, die völlig unrealistisch waren, dann löst sich der Gewinn in Schall und Rauch auf. Das also war das Boodles Kern. Das ist einer der Klassiker. Wer hat nicht schon von Boodles Kern gehört? Und viele haben keine Ahnung, dass das eigentlich aus Faust 1 stammt. Und das ist auch so eine Überraschung, wenn man sich dann den Text durchliest. Und dieses Zitat wird in vielen verschiedenen Situationen gesprochen, wo es um das Wesentliche geht, wo es um den Mittelpunkt geht. Und ja, es kommt aus diesem Stück. Da stehe ich nun, ich Amateur und bin so klug, als wie zuvor. Hat schon mancher beim Heimwerken gesprochen, wenn er nicht drauf kommt, wo das Problem liegt. Und auch schon so mancher Programmierer spricht aus persönlicher Erfahrung. Hat sich das auch schon gedacht. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht gewusst habe, wo das eigentlich herkommt. Das klingt für mich wie eine Redewendung, ist in Wirklichkeit aber ein berühmtes Zitat. Und dann haben wir, das ist der Lauf der Welt. Auch das ist ein Auszug, den man öfter hört. Und ebenfalls eines der bekannten Zitate aus Faust 1, das in verschiedenen Situationen wunderbar passt. Und das waren jetzt 13 Zitate aus dem Stück Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe. Und es gibt viel mehr noch auf meiner Webseite. Ich verlinke das in der Videobeschreibung auch. Da gibt es eine Seite mit über 100 Zitate, die aus dem Stück sind. Ich habe jetzt die herausgesucht, die man am besten kennt. Und es ist schon interessant, wie viele man spricht und eigentlich überhaupt keinen Bezug zu dem Stück hat. Und die Theaterfreunde haben das natürlich gewusst. Aber es gibt irrsinnig viele Zitate, gerade aus diesem Faust 1 Stück, die auch so bekannt sind, dass man glaubt, das ist irgendeine Redewendung aus dem Volksmund. Und nein, der Volksmund hat es übernommen. Und in diesem Sinne hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.